Die kommen nur für Futter. Die kommen nur für Futter her. Auch wenn sie einfach ein Schmerz anknabbern wollen. Ja. Aber das ist für die Zuchtung, oder was ist das? Das ist für die Zucht, ja. Aber nur im Sommer. Oder im Frühjahr. Dann kommen die Nüßkästen alle raus und dann geht's los. Der kann ja fliegen. Der kann ja fliegen. Der kann ja fliegen.